willkommen zurück ich muss noch eine aufnahme machen zu dem spiel also hier sind wir jetzt ein vergammeltes fischfilet es wächst extrem an das ist schon sehr erstaunlich na ja zumindest erkennt man dass es vergangen ist und dann war ich jetzt tatsächlich in die u-boot bin wir eingetaucht habe es geschafft und es gab einen blueprint und ich habe irgendwas von tor gelesen schauen wir uns jetzt machen video tor kann ja gerne pause machen sich das alles durchlesen das ist ja noch auf jeden fall hatte ich ein Buch gefunden, wo es geheißen hat, das ist eine Reparaturanleitung für den Radiotour. Ah, hier, er fand das Item, Medipower Repair Manuell. Ah, ok, damit sollte es jetzt wirklich sein, oh, ein Schaltkreis. Ja, ok, das kriegt man mit der Stimmung und irgendwie so elektronisches Zeug zusammenhaut. Die Zink, ok, Schrauben habe ich, Scrubs habe ich, das habe ich noch nicht gesehen. Powercell, ah, die habe ich vorne rausbekommen, die habe ich mal aufgewogen, ok, da habe ich auch. Mikroprozessoren, ah, ja, ok, nochmal Schaltkreis. Ja gut, da muss man schon mal ein bisschen was suchen, aber es ist schon mal klar, was man machen muss, wo die Reise hingeht. Genau, das war es mal dazu. Jetzt probiere ich mal meinen vergammelten Fisch hier noch zu wischen, das schaut hier echt übel aus. Hier, der verrottete Fisch. Ab in den Kompost mit dir. Hier, was für die Sonne, was hier anders scheinen will. Ah, naja, in der Tasche ist sie wieder sehr klein. Ja, ok, diese kleinen Fehler, wisst ihr, da kann man drauf scheißen, das ist eigentlich nicht so wild. Aber dennoch, es war viel zu früh, das Spiel rauszubringen. Ah ja, genau, und ich habe ein Jaguar und ein Komodo, habe ich erlegt. Damit lässt sich hier mal das Leder aufhängen, das ist von dem Komodo, von dem Drachen. Und der Jaguar, der hat mir zwei Zähne da gelassen. Da schauen wir mal, ob wir da mal irgendwas machen können damit. Wenn der Fisch eh schon gammelt, dann lässt sich die mal lieber jetzt. Und dafür hängen wir neues Essen auf. Das war der Komodo und der Jaguar. Ja, egal, was soll ich vergammeln, passt schon. Genau, das war nur ein kleines Update. Das Schiff schaut auch gut aus. Das ist kein Brand, ich grill hier nur. Das ist natürlich super unter dem Stoffdach, probiert das nicht zu Hause. Da war mehr Holz drin als gedacht. Ja genau, dann werde ich mal ein bisschen weitermachen. Die Hütte mal ein bisschen aufpimpen und das Boot und nochmal schauen, ob ich interessante Sachen finde. Und ja, es wird bestimmt noch ein paar Videos dazu geben, zu dem Game. Weil wie gesagt, Potenzial ist echt einiges da. Und ja, schauen wir mal, wo die Rasse hingeht. In diesem Sinne, ein kleines Update. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. 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 Bye-bye.